Wir haben doch tatsächlich gedacht, Oberhausen wäre unrockbar. Bela ist ja so eine kleine Liebpetze. Wir haben uns gehört! Du meinst, du dachtest, wir sind alleine in der Nacht und es ist alles zu spät für Sweet Sweet Gwendolein? Also ab nach Westerland, denn auf dem Friedhof war kein Platz. Da braten wir einen Storch und die Beine recht knusprig. Mein lieber Buddy Holly. Jibs, doi, ane, jibs, doi, ane, Mädchen, Mädchen, Mädchen. Also, nee. Wo waren wir stehen geblieben, Anneliese? Schmidt. Frag doch mal an die 2000 Mädchen, oder? Oder den lustigen Astronauten. Du bist doch nicht allein. Sag mal, hast du dein Hütchen-Spiel oder was? In der Nacht, der Tag. Gut.